Nach Ehe aus, Evan McGregors Ex-Frau verliert bittere Worte Es war ein Skandal, im Oktober 2017 wurde Evan McGregor, 46, von Paparazzi beim Knutschen mit einer anderen als seiner Ehefrau Eve Mafrakis erwischt. Die Hollywood-Größe hatte sich in Fago-Kollegin Marie Elisabeth Winstead verguckt und reichte daraufhin die Scheidung ein. Vor wenigen Tagen wurde nun bekannt, dass seine neue Liebe nach nicht mal einem Jahr offenbar schon wieder erloschen ist. Und dazu meldete sich jetzt auch die Betrogenex zu Wort. Ein Liebeskomme-Bug ist hier wohl ganz sicher ausgeschlossen. In einem Interview mit Jason gab die Betrogene Ehefrau bekannt, dass die Scheidung weiterhin laufe und sie gerne auf den Kontakt mit ihrem Ex verzichte, ich weiß nicht, ob sie noch zusammen sind oder nicht, äußerte sie sich überaus bitter zum Liebes aus ihres Verflossenen, es ist mir egal, was er macht. Ich weiß überhaupt nichts darüber. Sie sehe tatsächlich nur noch, wenn er die gemeinsame, sechsjährige Tochter Anouk abhole. Wir sprechen schon seit einiger Zeit nicht mehr miteinander, so die schöne Brünette weiter. Bei diesen beiden scheint dann wohl tatsächlich alles gesagt. Und waren 22 Jahre lang verheiratet, gemeinsam haben sie vier Kinder. Für die ist die Scheidung ebenfalls eine große Belastung, die gemeinsame 15-jährige Tochter verurteilte die Fremdgepix ihres Darts in einem Musikkleb scharf. Bis zum nächsten Mal.